Hallo, Luisa. Du solltest mal den Ständer reinmachen, oder? Was? Du solltest mal den Ständer reinmachen. Ja, du solltest deinen Ständer reinmachen, sonst geht es nicht gut in den ersten Rhein. Ja, nicht. Hallo. Hallo. Rimm, 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 Rimm. Das kleine Kind freut sich. Oder es hat Angst. Ja, links. Und ich würde sagen, hey ho Leute und damit willkommen zu einem weiteren Motorvlog. Heute haben wir was ganz besonderes vor. Luisa ist hier hinten. Hi Luisa. Warte, warte. Hi. Okay, sie winkt nicht, sie ist schüchtern. Auf jeden Fall habe ich was ganz besonderes vor. Heute Morgen hatte ich spontan richtig Bock irgendwie. Wir hatten Toaster, aber ich hatte irgendwie richtig Bock. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Tillmanns Toasties. Ich hatte richtig Bock auf Tillmanns Toasties. Und dann dachte ich mir so, ja, damit ich wenigstens zum Abendbrot mein leckeres Toastie essen kann, ne. Don't call it Schnitzel und so. Fahren wir jetzt und zum Rewe hier rein. Und da hole ich mir Toasties. Ich versuche nicht rausgeworfen zu werden, weil ich da mit Helm reinlaufe, in voller Montur. Hier direkt vorm Rewe parke und rein auf asozial mache. So, zack, zack. Und zack. So parkt man mit dem Motorrad, ne. Ja, auf jeden Fall gehe ich da jetzt rein mit Helm und GoPro. Und versuche nicht rausgeworfen zu werden. Mein Arsch ist zu fett. Mann. Manometer. Du musst, ähm... Was? Du willst dich rausziehen? Ja. Tja. Warum willst du dich jetzt ausziehen und kommst mit? Du musst auch ein Bild machen von mir im Rewe. Ja. Ist mir egal. Kannst von hinten machen oder... Mach einfach viele Bilder. Zack, zack, zack. Oh, mein Schlüssel steckt noch. Ich will doch mein Motorrad nicht klauen lassen. So. Ich werde direkt rausgeworfen. Ich werde direkt rausgeworfen. Was? Toast haben wir schon. Toast haben wir aber noch. So, wir gehen hier lang. Hast du ein Bild? Mach mal Bilder. Ich glaube, die sind in der Tiefkühlabteilung, die Toasties. Toastie. Toasties bei der Tiefkühl-Sachen. So Sachen. Was? Hast du Bilder gemacht? Da. Da. Toastie. Kinder Pinguin? Willig. Wie toll sind Toasties? Ich weiß es nicht. Das ist 2,99. Aber Schwein, äh, Schwein. Hähnchen. 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 Toasties. Misch netter. Kinder Pinguin. Kinder Pinguin? Boah, nein. Kinder Pinguin ist kacke. Ne, Mann. Überhaupt nicht. Ist dir frei? Ja, zack. Easy. Ich möchte sie. 15,11 bitte. Haben Sie eine Karte? Haben Sie auch eine Pferde? Ja. Wie geht es Ihnen an? Wie kommt es Ihnen? Wie kommt es Ihnen an? Wie? schön tja hallo achso so ja wir wollen nicht, danke tschüss, schönen Tag noch war ja gar nicht so schlimm irgendwie ich hab irgendwie gedacht, dass das jetzt irgendwie negativer auffällt ich hab schon ein paar Blicke bekommen, aber ich muss noch ein Bild machen, wie ich mein Toasty bekommen hab mit dem Rewe-Dings im Hintergrund komm, machen sie ein Bild los, machen sie ein Bild ja perfekt was jetzt gratis WLAN? als ob Leute, gratis WLAN hier bei Rewe-Werther gönnt euch die ist irgendwie rauchig ja, irgendwie ist es geschlagen lol also Leute jetzt muss ich grad mal gucken wie soll ich die mitgeben oh mein Schlüssel da bist du ja so so jetzt guck ich mal ob eine R1 Tura-Koffer braucht oder ob das auch so ohne geht hier ist meine zweite GoPro-Hülle weil letztes Mal war die eine ja so beschlagen was? ne ein bisschen quetschen ach quetschen geht immer da passt passt doch ich weiß doch gar nicht ich weiß gar nicht was du hast ich weiß gar nicht was du hast Opa ich weiß gar nicht was du hast es hat schon vorhin ein paar Tropfen als wir losgefahren sind jetzt gehts rückwärts was? dein Handy? oh da ist ja mein Handy warte das snack ich mir das snack ich mir das snack ich mir ja Leute Bilder landen auf Instagram folgt mir auf Instagram Link ist in der Videobeschreibung dann Luisa dann hoffen wir mal ne dann hoffen wir mal das Video hat gefallen den Leuten gefallen oder? was sollen sie machen? Daumen 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 ganz viele Daumen sprengt die Daumen Leute dann würde ich sagen tschüss und bis zum nächsten Modovlog tschüssi tschüssi ich glaub ich hab die Linse nicht richtig getroffen schieben schieben was ist hier so voll? what? die wollen alle Toasties kaufen da kommt sie dir wuuh Hello Hello it's me I was wondering if after all these years haaap ach stresst doch nicht so ja guck mal der fährt ohne Kennzeichen haaap normal der typ fährt einfach ohne Kennzeichen juckt ihn nicht Mein Zweigrass hat immer Vorfahrt. Lach nicht. Lach nicht. Leute, haut da rein! Lach nicht.